Meine Sportwoche sieht aus, dass ich Cardio mache und Krafttraining und Stretching, ein bisschen Pilates-Yoga, zwei Ruhetage und ich versuche immer so zu mischen, so immer wieder meinen Körper zu überraschen. Zusätzlich ist Yoga und Pilates für mich eine Art und Weise von Entspannung, fast eine Art von Meditieren und dabei auch, ich versuche meine Muskeln so zu stretchen, dass sie nicht kurz werden und immer so länger werden. Reisen gehört zu meinem Leben, zu meinem Job. Ich reise viel und gerne. Für mich ist es wichtig, dass ein Hotel ein Gym hat, dass ich auf jeden Fall weiter mein Cardio machen kann und natürlich im Hotelzimmer kann man auch viele Übungen machen. Für Hunkelmühle habe ich so viele Shootings und ich muss sozusagen das ganze Jahr in Shape sein und damit kann ich das schaffen. Musik